Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es los mit den Funktionen, von denen ich schon so lange irgendwas gesagt habe. Ja, Funktionen sind tatsächlich krass drauf und die könnt ihr dann wirklich aufrufen. Ja, ich zeige euch am besten gleich mal, was ich meine. Im Prinzip haben wir schon mit Funktionen gearbeitet, Alert war eine Funktion und so weiter und so fort. Aber wir wollen jetzt unsere eigene Funktion schreiben. Das tun wir, indem wir folgendes tun. Wir sagen hier erstmal Function und schon sind wir eigentlich soweit fertig. Hier braucht unsere Funktion noch einen Namen. Also zum Beispiel meine eigene Funktion. Okay, der Name ist mir zu lang, deswegen sagen wir nur meine Funktion. Und hier rein, das werden wir aber dann nachher machen, kommen eventuell Parameter. So, und jetzt packen wir den Windows Alert, äh, Window Alert. Ach verdammt, ich sage immer, dass Windows einen Alert macht, was eigentlich so oft passiert, deswegen, naja, egal. Okay. Hi, from, äh, Funktion oder Funktion. Okay, so, diese Funktion wird jetzt hier nur definiert. Das ist einfach nur, okay, ich habe jetzt diese Funktion, die mir hier diesen Alert ausspuckt, aber ich rufe die Funktion noch nie auf. Das heißt, ich habe hier im Prinzip nichts gemacht. Ich habe mir bloß für später meine Funktion definiert, die halt irgendwas macht und die halt den Namen meine Funktion hat. Ja, ähm, aber wir, wenn wir das jetzt ausführen, wird hier überhaupt nichts passieren. Da wird kein Alert kommen oder sowas. Dazu muss ich die Funktion erst mal aufrufen. Und das tue ich, indem ich einfach schreibe, meine Funktion, Klammer, Klammer, Semi-Kolon. Und das ist im Prinzip das, was wir zum Beispiel beim Alert schon gemacht hatten, nur dass wir das vorne dran noch hatten. Das sind Objekte, dazu kommen wir dann auch noch. Aber so kann ich auch einfach eine Funktion aufrufen und, ähm, die wird dann genau einmal ausgeführt. Das heißt, was jetzt hier steht, ist window.alert high from the Function. Das heißt, im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, das wird ersetzt, also dieser Aufruf, meine Funktion wird ersetzt durch alles, was hier drin stand. Also das einfach rauskopiert und da reingeschrieben. So, das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich hier so ein high from the Function. Aber das Tolle ist, ich kann das mehrmals machen. Ich muss jetzt nicht window.alert mehrmals hinschreiben, sondern ich kann hier einfach meine Funktion mehrfach aufrufen. Und dann kriege ich auch tatsächlich mehrfach diesen Alert hier, nämlich, glaube ich, viermal haben wir es gemacht. Ja, und dann habe ich hier quasi viermal meine Funktion ausgeführt. Das Tolle ist natürlich, ich brauche diese, äh, in dieser Funktion können sehr, sehr komplizierte Berechnungen drin sein. Und ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie, ähm, alles wieder von vorne copy-pasten oder sowas. Ich kann meinen Code in Bibliotheken anderen zur Verfügung stellen und ich kann mein Skript auslagern. Ich kann mein Skript auf mehreren Websites benutzen. Das heißt, ich kann einfach mein Skript tatsächlich in eine eigene Datei auslagern und diese Datei auf mehreren Webseiten, also aktuell ist es ja nur auf einer drauf, aber ich kann es auf mehreren Webseiten einbinden, ohne dass ich jedes Mal meinen ganzen Code neu schreiben muss oder neu copy-pasten muss. Sondern ich kann einfach dann meine Funktion aufrufen, die ich brauche und fertig. Sehr, sehr praktisch das Ganze, deswegen sollte man das unbedingt benutzen. Ähm, ja, das ist im Prinzip die Grundlage von Funktionen. Da gibt es allerdings noch viel, viel mehr dazu. Aber noch ein kurzes, kleines Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr seid wieder in einer While-Schleife, also While-irgendwas. Und hier oben, wie ihr wisst, kommt eine Bedingung rein. Naja, diese Bedingung kann ein Rückgabewert von einer Funktion sein. Über Rückgabewerte werde ich euch gleich noch was erzählen. Das heißt, wir können das hier über eine Funktion berechnen lassen, unsere Bedingung. Dann kann hier drin eine Funktion aufgerufen werden. Und sagen wir mal, das Ganze wird 100 Mal gemacht. Dann habt ihr schon sehr, sehr viel Code gespart. Denn ihr könnt hier einfach dynamisch prüfen, ist diese Bedingung noch wahr. Und ihr könnt dynamisch prüfen oder dynamisch eben ausführen, was ihr machen wollt. Sehr, sehr nützlich, wie gesagt, deswegen unbedingt Funktionen benutzen. Und auch schön dokumentieren. Also Name, meine Funktion ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, sondern nennt das Ganze dann zum Beispiel Truppen angreifen lassen oder sowas. Wenn ihr wieder mal an ein Browser-Game denkt, keine Ahnung. Genau, solche Sachen kann man dann damit machen. Und ja, als Einführung zu Funktionen war es das. Nächstes Mal zeige ich euch dann Parameter oder eben das Return Statement oder beides sogar mal gucken. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Übt damit ein bisschen rum und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.